Fahre ich mal anders an, so, das wird so gemacht, in der Mitte immer Glas, da gibt das halt immer solche Säulen, das ist ganz schick, das wird schon fast wieder zu groß, aber egal Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich bauen soll, dann könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben Ich versuche es dann zu bauen Da muss auch in die Säule hin Da hoch Ich hoffe es gefällt euch Mal den Meisten, den ich euch gezeigt habe, den hat es gefallen Warum sollte es dann bei euch nicht so sein? Ja So Ich versuche es dann bei euch Ich versuche es dann bei euch Dann mache ich jetzt nochmal so, das ist jetzt alles spontan, ich habe mir keinen Plan gemacht Ich mache mir auch manchmal Pläne, aber das meiste kommt aus dem Kopf Ja, so groß ist es gar nicht, man sieht immer so groß aus, ne Ja Ja, das ist so Ich fange jetzt hier an Mache ich jetzt was besonderes Mache ich nur so einen kleinen Abschnitt Mache ich nur so einen kleinen Abschnitt Hier noch das Hier noch das Ups Hier noch das Ups Ich habe da ja noch gar nicht das Dach gemacht Ich finde es auch immer ziemlich gut, dass das hier so immer ein über steht Dann hat man schon mal so ein kleines Dach Wenn das Haus dann fertig wäre Ne, das muss noch weg, das mag ich nicht, wenn das dazwischen ist Natürlich auch noch irgendwelche anderen Ideen dazu bauen oder so Ganz einfaches bauen Wo es eigentlich geht, kommt gleich erst Ja, ich wollte jetzt extra erstes Haus bauen, damit ihr genau wisst Wie man so Häuser baut, falls ihr diese Häuser super findet Ähm, jetzt wird es nackt, das ist doof Habe ich eigentlich nicht mit eingeplant Ähm, jetzt wird es nackt, das ist ganz dunkel, ich hoffe ihr könnt noch sehen Jetzt beende ich das gleich kurz mal Ja, dann passt es ja so wieder Ja Ja So Perfekt Ähm Äh, was mache ich da? Äh, das ist ja lustig Falsch Ja Jetzt ist das mal so cool, also sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus Ist ja eigentlich egal wo der Eingang ist, könnt ihr euch ja aussuchen Ja 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 Vielen Dank.